Moin Devin Lüte, ich bin Vidi Ham und ich bin jetzt zwischen den beiden Dälen hier in den Landhandel entwohlen, hab den deutschen Frontloader geholt und hab den verschült. Und nun hab ich 89.000 und hab wieder mit diesem umloade geworden gekostet. Bloß nun hab ich das Problem. Ich will das noch nicht, dass ich ein Problem hab, aber ich löf, dass ich ein Problem hab. Und zwar Nimm dir diesen. Der hat mich kein Geld aufgetrunken, als ich gekostet hab. Seht ihr das? Der gibt es gar nicht, bevor der so dürr so endet. Ich versuch das noch mal. So, das ist die Kollege da. Den wohl ich gerne kaufen. So, gekaufen. Und dann zeig ich dir an, die ihre Auswahl wird gekauft. Und das wird's. Oh. Oh. Ich würd's mal gucken, hab ich noch so einen anderen umloade geworden. Und dann... Er kriegt ein Krampf hier. Und dann... ... 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 aufklappen gäbe anstehen sie maschine senken helfer ansteigen geräte auswahl der guide die offene sie mussten opfeln die offenen gott denn wo ich nur ganz was anders das ist zwar nicht realistisch finde ich will ich doch so er kapieren nämlich na wo ist das cheating dort denn dort kaufen Die funktioniert. Gott sei Dank. So. Und Händler. So. Die habe ich froh, wenn ich mich auch aufnutz. Nicht aufnutz, sondern aufnutz. Alter. So. Ich weiß nicht, witz gar. Vierte Eglifflüge kamen die acht Teilen, der hier in den Sporen kommt. Wie die Obträgen. So. 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 So, er Sehmaschine auffüllen Der funktioniert, dann fertig Aber eigentlich Halt ja nicht für den Halt, obwohl ich den ja nicht nutze Aber es ist ein Schnurzpiep Irgendwie muss ich ja endlich mal wieder Brüge kriegen So Und jetzt geht es Auf der Mitte Nur Feld 3 Wenn ich dann die So, ich knüppel doch jetzt hin Und Wenn ich dort bin, dann sehe ich, wo es wäre So, da bin ich wieder Frisch angekommen bei Feld 3 Ich bin mit aggressiven Vorstell Will ich hier jetzt mal auflegen Und nun will ich hier Endlich mal sehen, dass ich so lange kommen Mit die Grubberei hier Dings upklappen Das ist so, ich gehe jetzt mal ein bisschen Für, für, äh, Grubbern Packen So Tosen So Trühe Wie mir Tanto immer sagt So Entschuldig Und 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 Day Und Day Und Punkt Ja. B- Geht das bloß hoch, ist auf die Wolle... Entweder hoch das Ding... Nein, hoch das Ding! So, was wird da noch? S, D, G und W, wird da. Äh, abwärts. Spur als ob die Y wird. Und das. Jo. Hoch. Im Oldran. Die mag ich wohl nur ein bisschen aggressiv. Ja, ich gebe es ab. Ich glaube, wir werden uns vergeten, ob es die Golen ist. So, Trögel. So, abwärts. Na und, ich glaube. Stopp. Aufwärts. Aufwärts. Y. Tink. Und Gas. Aufwärts. 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 Ja. Ich kann wohl nicht anders, oder wo sehe ich? Die Textur geht auch hier in die Richtung. Die Textur geht auch hier in die Richtung. Wenigstens hat das funktioniert. Gott sei Dank. Und wir sollen dann arbeiten. Halleluja. So, wenn ich jetzt den Helfer starte, ist das die Richtung der Flügel. Und du musst nur als Helfer. Was mache ich denn jetzt? Ach, ich habe das Auto trägt. Ach ja, das wollte ich auch ja umprobieren. Jetzt bin ich ja wohl gespannt. Genau, das hole ich auch hier. Aber dann sind wir fort. So, und wenn ihr jetzt mit Vorfahren möchtet haben, wenn wir als nächstes oder auch wenn wir haben, dann geht es nur den nächsten Teil an. Und ich bin gespannt, was der Helfer hieß von euch. Bitte fort. Ich bin halteschön. Und wenn man hier intention Plen Totten. ich bin halteschön. Vielen Dank.